hey leute ich bin martin von mp coverage und heute erzähle ich euch mal ein bisschen was darüber was mir am audi a7 wirklich gut gefällt und vor allem was mir nicht gefällt was noch verbesserungswürdig wäre und was ich mir vom neuen modell erhoff und von dem auch wünsche was das dann beinhalten soll fangen wir doch einfach mal mit punkt 1 an ich muss mein handy mit kabel laden ich habe hier unten zwar eine buchse und ein fach drin über das man laden könnte aber der a7 hat es nicht daraufhin habe ich die jungs bei audi gefragt hey könnt ihr mehr und nicht ein induktives ladegerät verbauen oder so und dann meinten die soja bei audi geht es nicht und gut in dem fall beim neuen a7 brauchen wir definitiv ein induktives ladegerät hat nächster punkt ist thema heck spoiler der heck spoiler fährt zwar bei 120 130 automatisch aus aber wir haben hier den knopf dass er manuell noch ausfährt aber das ding ist ich muss dann dann manuell auch wieder rein fahren und warum kann man denn nicht einfahren wenn ich das fahrzeug zum beispiel abschließen also zum beispiel wenn ich jetzt abschließe fahren ja automatisch auch die spiegel ein warum kann man dann nicht gleichzeitig noch denn den heck spoiler wieder einfahren das ist so eine frage wo ich mir wo ich mir stelle dann was hatten wir noch nächste punkt thema schiebedach schön und gut aber ich finde das schiebedach echt ein bisschen klein wenn ich jetzt das im vergleich sehe zum a6 klar der hat eine andere dach fließform aber der hat ein schiebedach ein panoramadach drin vom feinsten dieses navigationssystem ich stelle das leise und dann quatscht es mir doch wieder dazwischen also das weiß ich auch nicht was da der sinn dahinter sein soll aber gut noch ein kleiner punkt thema fernlicht das fernlicht ist immer auf einschlag hält und auf einschlag dunkel ich bin letztens bei einem kumpel mitgefahren im mercedes die machen das fernlicht langsam an also es wird langsam heller bis es voll ausleuchtet und wenn gegenverkehr kommt wieder langsam zurück und das finde ich fürs auge viel angenehmer weil das nicht so schlagartig hell wird und nicht so schlagartig wieder dunkel wird jetzt denkt ihr euch bestimmt der martin sitzt in einem auto 100.000 euro wert und der schnur am meckern stimmt nicht also bisher stimmt schon aber ich finde das auto einfach so supergeil es ist wirklich ich fahre den wagen unter acht liter mit meistens sieben liter durchschnittsverbrauch und das obwohl ich über 300 ps an bord habe und quattro antrieb zwei tonnen bewegt das fahrzeug wirklich sehr komfortabel auf der straße liegt ich bin gerade heute morgen wieder ein opel corsa gefahren wirklich das war das grauen da war ich froh als ich wieder mit dem mit dem a7 fahren konnte das acc funktioniert super gut der spurhalteassistent ist nur ein assistent wer noch verbesserungswürdig meiner meinung nach funktioniert aber auf der autobahn wirklich super also auch hier der unterschied zwischen weißen und gelben linien erkennte meiner meinung nach einwandfrei also wirklich ohne zu meckern so leute ich hoffe das video hat euch gefallen und wenn ja lasst einen daumen loben da hier könnt ihr noch abonnieren und hier geht es zu meinem neuen video danke euch